recht herzlich willkommen zur 31 folge von europa universalis 4 mit england ja wir sind hier drunter gut wir haben einen handelsdiskusskriegs- und gegen norwegen und wir haben hier ansprüche drauf oder ja und er auch ja und ja nicht gut kriegen wir die neuen und sollen ja ich glaube 30 brauchen wir dann ein darlehen von brabant akzeptieren wir sitzen hier in norwegen sitzen naja doch nicht ich dachte das wäre mehr gewesen aber die haben auch glaubt die schweden im rücken oder wie ist das verbündet mit schweden genau dann macht das nicht ganz so viel sinn die franzosen sind damit drei und neun darlehens zurückzahlen alles gut darlehens angebot über 30 von wir müssen das britannia akzeptieren wir natürlich nach hoffen dass wir ein großes wieder loswerden und mehr kleiner haben wer sind da drinnen also freiheitskämpfe wahrscheinlich ja ich habe keine 40 tukaten über deswegen nehmen wir die rekrutenserve so was haben wir überhaupt das wäre eingezogene garnison und das wäre vier könige 20 prozent mehr zölle aber wir wollten das nicht machen doch diplomatische macht kostet das oder warte mal da das mal gerade hier reingucken schiffswerft und die unten links diplomatische macht ja wollen wir hier höher eigentlich schon wir wollen überall höher aber wichtig ist dass wir hier hinterher kommen aber es läuft halt aber das dauert und ein ok ja ok rotenhausserbe ist klar 220 war zuletzt ist immer noch das wollte ich nicht ich wollte noch mal hier rein und da brauche nur drauf stehen damit ich drauf klicken dann sehe ich das 57 prozent 49 12 59 ok 74 ist das beste 29 29 21 das war wieder die franzosen immer noch 220 hier ist 63 zu 75 ok hier oben es ist weniger während aber auch noch und hier muss es noch passieren können wir das irgendwie hier unterstützen also da können wir gucken dass wir noch mal weiter hier müsste man ausbauen aber das müssen wir nicht über dem bildschirm machen das müssen wir dann über den bildschirm machen weil da sehen wir wo es am meisten bringt hier 19 cent aber ja jetzt nicht wir sind immer noch nicht so weit dass wir aber warte mal wir haben ja noch ländereien in dingens hier ok da ist es schon durch wie sieht es hier aus 90 prozent das kommt bald weil das zählt auch für uns glaube 27 also das ist das nächste hier mit 90 und dann die 75 also schon 79 und dann wird das auch weniger und das wird wahrscheinlich rot sein die kolonie hin wenn sie schon angezeigt wird doch wird angezeigt da den zurückzahlen ja aber da ist noch null prozent ist klar und jetzt glauben wir den handelsdispot gegen ok gut aha wer ist das auch so dass in die rebellen hier landische thronvoll und thronenwärter wanders ok ich glaube immer da eingehen dann kommen die rüber die dürfen da bestimmt rein oder frankreich auf diese provinz ok und sind da und eroberungskriegsgrund exzellente minister warte aber machen wir gerade pause da sind zu erhält 50 administrativen macht erhält 25 40 administrativen macht armee tradition 10 marine tradition erhält 100 militärische macht ok das prestige ist natürlich hammer armee tradition und so das ist natürlich auch drum tierische macht brauchen wir denn noch hier ja dann wäre fast fertig damit und da hängen wir am meisten nach was können wir dann bauen kaserne und dann verbessert sich noch so vieles aber die sind 25 prestige die locken mehr wieso ist er zweimal administrativen erhält 50 administrativen macht erhält 25 und da das was machen wir da ich glaube das prestige das ist haben nicht viel und dann kriegen wir mehr sagt 47 das ist schon ecke besser ok da sind wir entdeckt worden das heißt wir müssen wir zurückziehen und müssen das neue aufbauen ist so 30 kriegen oder eine männer kommen wir dann sofort ich glaube das dauert eine gewisse zeit bis zum 26 mai müssen wir im auge behalten des nächsten jahres ja 314 noch schiffe lassen wir da besser stehen glaube hier oben wie sieht es da aus was können wir hier tun ist noch nicht fertig agent wurde auch da entdeckt dann zurück aber da können wir doch gerade noch was machen ach so da können wir sowieso nichts mehr machen weil wir kein land daneben haben doch doch geht doch dann machen wir das natürlich da kommen wir machen wir das von den franzmännern rein wahrscheinlich immer noch 200 ne 220 sind es nicht mehr 200 nur noch so jetzt hier mal gerade gucken politische karte ist an wahl nicht diplomatie da so sieht es aus ok das ist aber jetzt nicht unser abrufen ok so jetzt müssen wir Pause machen wird zu viel wieder erstmal das abarbeiten hier immer noch 200 und hier kommt ein Darnensangebot über 25 rein das nehmen wir mit 1484 Dukaten ok direkter Beitrag wow so jetzt gehen wir mal schnell gerade in die Kasse rein ups einen daneben und gucken einen haben den wir ne können wir nicht da sind jetzt die kleinen alles hier unten schon ne so ein 248er oder 213er wäre schön zu töten ne was ist das hier eigentlich ok 37 das ist bei 40 dann wieder ausgeglichen müssen wir noch einen Moment warten äh da könnten wir bauen ist klar was machen die Rebellen ist ja noch nichts Gutes ne so das ist hier der Krieg das ist ach so Kriegsmüdigkeit wenn wir hier was machen geht Militär runter ne oder ne Diplo aber da müsste ja hier schon bald ne ich möchte das nicht runter machen erstmal wir lassen das noch wieder weiter laufen und hoffen dass wir das hinkriegen mit dem Dingens mit den zwei Militär einmal das ist wichtiger so das sind Ansprüche die wir sehen hier oben auch noch hier haben die sich hier eigentlich geschlagen ok wir haben die wohl besiegt mal sieht man das nur da ne wer ist das denn hier so viele Fenster wieder gucken wir erstmal das da denn aufgenommen ok ein bedeutender Mann Meisterpräger ok das ist schade aber nicht jetzt das ist ein Kommandant erhalten das ist in Stufe 2 und der kostet uns 50% weniger der Disziplin da gibt es einen Admiral den ich jetzt nicht unbedingt brauche und da kriegen wir Prestige dann ist das Prestige gefragt gut was machen denn unsere Rebellen hier erstmal 40, 20, 10, 10, 10 ok da können wir eigentlich mitnehmen Navara Nationalisten die werden dann auch da unten bei den Franzosen einbrechen das wäre jetzt noch nicht mehr so schlimm wie gesagt das ist Diplom 8 wie viel brauchen wir denn hier noch 715 und wir haben 627 Hunderter und da sind es 70 rund weg etwas weniger schon das ist alles nicht zu machen wir sind kriegsmüde das ist auch klar passt soweit 839 sind da jetzt ist die Frage wenn wir da oben ich lehne das mal direkt ab wo ist Grönland hier wenn wir da jetzt unseren Dingens da rausziehen wenn wir den zurückziehen tragen die sich schon von alleine ich lasse es erst das soll so funktionieren gut 20.000 Mann an den Waffen Handel geht nix hier geht nix nur die 3000 stehen da nicht mehr Darlehen verlängert ja ist jetzt gerade 200 ja müssen wir warten ich denke die die lassen wir da immer schön stehen und wir werden da oben schauen ob wir da nicht irgendwie eine Werft bauen können in unserem Grönland Reservoir wenn das da fertig ist und dann gucken wir zu dass wir da die Leute hingehen und her bewegen ne ja sieht gerade ein bisschen mau aus ne wir warten definitiv jetzt hier auf unsere oh das ist aber sofort soweit naja sieht fast so aus ne 687 697 10er jeweils also zwei Runden noch zwei Monate und das ist ungefähr identisch ne das sind jetzt nur 28 aber das waren nicht so viele oder dann den zurückzahlen zack machen wir jetzt haben wir natürlich gerade immer zwei Taler Plus aber wir sind ja positiv hier noch mehr oder ne minimal drunter das ist schlecht aber das schaffen wir trotzdem noch irgendwie und der nächste Monat bringt uns noch mehr Schulden und das möchte ich gerne im Plus behalten dann und da bauen wir immer noch ab und die verlängern wir definitiv Inflation können wir womit senken warte mal okay das ist verlängert das ist richtig und da sind wir verkehrt da sind wir richtig so das definitiv machen ja Pause weil das haben wir jetzt hier Absentismus was haben wir denn da auch erst dich verlieren oder Unruhe in Sommerset Unruhen jetzt Erweiterung der Universitätenprävention Notian im Sommerset da kriegen wir sogar noch ein paar Taler die wir jetzt auch gut gebrauchen könnten riskieren wir so was haben wir da gekriegt Flottenmoral erhöht sich um 0,2 Reichweite Handel geht um 10 Uhr und Schiffswerf können wir jetzt bauen cool jetzt müssen wir gucken dass wir das da noch auch kriegen wiederum Armee Organisator ich habe einen Frosch im Hals okay bringt uns jetzt auch nichts wie viel haben wir da wieso ist das weniger geworden wir haben da schon 602 oder sind wir bei der Technologie denn jetzt wenigstens schon höher ich weiß es auch nicht so 190 das wird auch weniger verlängertes Darlehen nee das will ich nicht ich wollte den daneben gucken wie es hier aussieht flanderische Nationalisten wo kommen die denn dann weg achso die werden in Calais erscheinen dann die müssen wir auf jeden Fall kurz halten Befehlshaber ist gestorben ich glaube das ist jetzt von den Schiffen gewesen den lassen wir jetzt weg das ist egal ich glaube das kostet uns da haben wir ein bisschen mehr ne haben wir noch nicht mal okay einmal runter den aus den als erstes abfrühstücken mit 190 Geldreform verlierer eine Stabilität verlierer eine Inflation gucken wir uns grad an da sind wir auf 3 das wird grad mehr und beim Geld haben wir 2,14 das könnte ich aber selber mit Dingen senken ja ich glaube die Stabilität wird mir teurer kommen und wie viel haben wir noch 457 machen wir auch nochmal dann ist alles wieder gut soweit wie es aussieht weiterlaufen lassen jetzt haben wir hier wieder 600 oder 606 wie weit ist denn hier das hier ich glaube es ist doch da ist schon weitergekommen und da auch okay dann ach FIFA ist auch schon fertig 96 das kommt auch gleich okay 550 80 83 okay die Werte sind ja relativ gut oh ich glaube wir schaffen das gleich hier mal ein bisschen zu hypen vielleicht ist der Betrag mal irgendwann so niedrig dass wir das dann einkaufen können und nun können wir auch besser unsere Technologien ansetzen so wie diese jetzt gleich jetzt möchte ich wieder mal eine politische Karte 618 624 von dem Moment warten wir noch einmal Geld fallen lassen bitte kommen machen wir im Hintergrund 190 abgelehnt und jetzt 630 dann müsste es gleich kommen so und dann Kaserne gibt es Militärtaktiken und so okay das ist auch wichtig da ist es machen wir auch Pause Heiratsfegefrauen ja das ist doch cool oder da ist die doch fertig das machen wir die Kolonie ist selbst erhalten Prestige haben wir auch noch plus 1 und jetzt haben wir hier noch Militärtaktik plus 025 vielleicht zweite 2 erhöht okay das ist ein guter Sache jetzt nächstes ist dann da die Sense hier ist noch ein Darlehensangebot nehmen wir auch an wunderbar ich hätte jetzt beinahe gesagt läuft gut gucken wir nochmal einmal über das sieht alles top aus hier oben müssen wir dann mal überlegen ob wir das ist jetzt selbstständig in dem Sinne Unruhen sind da 3,5% die schicken wir nach da jetzt ist die Frage aber die haben keinen Anführer weil das die kleine Truppe ist die brauchen auch keinen Anführer was macht das Geld 4,98 jetzt ist die Frage ob wir das hier einnehmen wollen was haben wir denn hier eigentlich wir müssen die Kolonie in Westbücken errichten ah ja okay das bedeutet wir werden dieses tun definitiv wenn der wieder da ist was ja im Moment dauert senden wir ihn da hin gut und das ist erledigt oh jetzt wollen sie 240 sogar schon so jetzt haben wir hier machen wir mal Pause unsere Kolonie und da können wir was bauen so und da kann man sogar Schiffe bauen und da sollten wir dann irgendwann anfangen Transportschiffe zu bauen weil wir müssen nämlich dann nachher hier rüber sitzen mit der Einheit hier mit den Vierern denke ich gut okay sonst noch was ich glaube im ersten Moment jetzt gerade nicht ich denke mal für die Folge soll es reichen okay da müssen wir Maßnahmen ergreifen können aber gerade nichts okay obwohl in der Ware wäre egal Flandrische das schon eher gut dann würde ich sagen recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen euch in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen bis dann tschüss